ja liebe leute willkommen zurück wir sind jetzt dabei unten diese sachen mal uns näher in augenschein zu nehmen wie es aussieht geht die straße hier noch eine ganze ecke weiter und hier hinten sieht es auch aus als wenn hier einige gebäude sind okay das ist jetzt quasi also dieses schwanken muss ich mich erst noch gewählen ein hund sie ist glaube ich eher aus wie ein schwein und wie ein alles gut so da werde ich das erstmal untersuchen ja vielleicht finden wir mal irgendwelche interessanten dinge oder finden informationen was eigentlich so passiert ist so wie war das kunden ok und aber da passiert ja nix kann ich den eigentlich streichen denn und kann ich auch nicht liegt hier auf seiner decke ist das kleine decke das feuer kann ich das an machen auch nicht gut hier geht überhaupt nichts also das ist nur zum anschauen da irgendwie höre ich immer so ein gewisses leichtes unterschwelliges trönen wer weiß was das ist hier was drinnen kann ich nicht reinschauen das geht so was ist hier drin nichts bank oder was ist das weiß ich nicht schaufel kann ich auch nicht nehmen das ist krass kann ich das besser nehmen wer hätte das gedacht so kann ich jetzt nehmen ach so die sind ja offen und leer die sind offen und leer dieses offen war ich gut wieder weg oben ist auch nichts gut so was ist mit dem traktor hinterm haus ist auch nichts gut du willst jetzt sozusagen da hoch ich will aber erstmal noch hier hin da ist das in ordnung wartest du hier ja danke hatte ich schon gesagt dass dieses hin und her schwingen mich etwas verwirrt verstehe ich also so hatte ich glaube schon gesagt vielleicht gewöhne ich mich ja noch dran ja 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 nix drin ja also irgendwie ist so immer so unter ja ach so ich komme ja gar nicht lang aha schade das ist sozusagen eine spielbarriere ich habe es probiert in ordnung ich komme zu dir du hast wahrscheinlich die macht ist schon alles irgendwie etwas trostlos ich meine das grün der pflanzen das gibt es auch nicht so so hm na gut na gut ich folge dir ich habe mich nicht mehr als du ich habe mich nicht mehr als du Krass, das sieht aus, das sieht aus hier genau in der Mitte, wie eine Figur, oder? Täuscht das, oder bin ich verwirrt? Uh, ist ja gruselig. Wo bist du? Ah! Oder? Soll ich da mal hingehen? Soll ich da mal hingehen? Das ist ja gruselig. Was jetzt? Ne, das geht nicht. Da hängt noch was. Oh, Statsche. Was ist das? Das ist ne Vogelscheiche, oder? Das finde ich ein bisschen schräg. Hm. Bist du? Hallo? Was ist denn das? Kann ich da irgendwas... Ne, kann ich nicht benutzen? Auch nicht, nein. Was ist das? Was ist das? Schlitz. Huh. Also so ganz geheuer ist mir jetzt hier nicht. So, jetzt habe ich mich noch nicht verlaufen. Da hinten steht er. Er wartet. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Bleibt einfach stehen. Wartet. Da könnte mir bestimmt irgendwas passieren. Der wird immer noch stehen. Und warten. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Ah. Kann ich da irgendwas machen? Nein. Soll ich nicht hier mal reingehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aha. Okay. Danke. Hast du mir ein bisschen her zugerufen? In Ordnung. Alter. Da liegt jemand. Fliegen. Boah. Ja klar. Na so lange ist es noch nicht her, weil... Ist ja noch... Ist ja noch nicht richtig verwest. Halt. Guck denn der? Oh. Schnell weg. Schnell weg. Gut, dass es so ein Spiel ist. Oh. Alter. Puh. 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 Wo stehst du? Kollege. Hm. Schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. Da steht er oder? Da ist der Weg. Und da läuft er weiter in Ordnung. Na gut. Wohin? Wendest du dich dann hier lang? Den Weg? Oder gerade aus den Großen? Wahrscheinlich gerade aus den Großen. Hm. Genau. Na gut. Dann gehe ich schon ein bisschen am Wegrand weiter. Ja. Äh. Wollte ich gerade sagen. Aber das geht nicht. Okay. Ja. Ich komme doch schon wieder zurück. Oh. Neue Sequenz. Was? 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 Ich muss. Äh. Rennen. Rennen. Wollen. Wollen. Warten. Noch will ich mich rum drehen? Nö. Ich drehe mich nicht rumparno. Nö. Ich drehe mich nicht rumparno. Da ist ein Haus. Da ist ein Haus. боll ich mich rum drehen? E lo hrs. Ich dreh mich nicht rin, ich dreh mich nicht rin Alter, Marti Ah, du bist schon vorne Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf Mach auf, mach auf Mach auf, mach auf Ach, ich muss eh Alter Ja klar, drei Schuss und der ganze Bär ist tot War erst überhaupt die Knarre Weiß Nee Warum, warum, muss ich eh drücken Muss ich eh halten, eh drücken, ich weiß es nicht Opsala Okay, wo bin ich? Irgendwie Aus wie so ein Irgendwie ist mir schwummerig, oder? Die Sonne scheint plötzlich Hm, kann ich nicht rausnehmen Unten Was ist das? Kann ich auch nichts rausnehmen Aha Aha Strom haben wir hier Aha Hm, jetzt bin ich verwirrt Da ist ja Hm, das sieht aus wie Blut Nein, von oben nicht Gasmaske Schere Also unter Betten ist nichts. Gut. Okay. Hier hatte ich schon geschaut. Kann ich den wieder anheben? Nein. Hier oben das? Auch nicht. Gut, ich kann die aufmachen, aber wieso da brauche ich die da auch nicht aufmachen? Wenn ich sowieso nichts rausnehmen kann. Okay. Na gut, dann versuchen wir mal raus zu gehen. Ah, wo bin ich hier? In ein Krankenhaus oder so? Wie komme ich hier? Wie komme ich hier hin? Ah, das finde ich jetzt nicht so gut. Was heißt das? Ähm. Ordina Torskaya. Mhm. Weiß ich jetzt nicht. Geht auch nicht auf. Hu, 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 hu. Hm. Ah, da, 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 da liegt jemand. Da ist eine Hand. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich will nicht weitergehen. Ich will nicht weitergehen. Habe ich keine Lust. Habe ich eine Waffe? Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts mehr. Ich habe keine Waffe. Inventor nicht. Ich habe nichts. Mist. Ah, ah, alter. Oh, meine Güte. Kann man mich nicht vorwarnen. Also das, irgendwie nimmt das Spiel hier eine Wendung. Alter. Okay, heute ist der fünfte Tag auf dem Ausrede. Okay, das ist jetzt sagen, wie der Beginn der Epidemie und keiner wusste, was los ist so richtig. Oh je, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Gut. Ah. Wie geht's? Hier ist alles gut. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Ich will aber eigentlich hier nichts mitnehmen. Jetzt fängt er sich nur an zu bewegen, ne, gleich. Oh Gott. Ah, raus. Raus, 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 raus. Ich will raus. Wieso bin ich hier eigentlich? Ich bin doch in ne, in ne, in ne Scheune gegangen, oder? Oh, nee. Kinder. Liegt hier in jedem Raum, Männer, he? Alter. Das ist ja so schräg. Das ist ja so schräg. Ich will eigentlich frische Luft. Boah. Zu dick ist es bloß ein Spiel. Was ich hier wusste? Hier ist keiner. Aber hier ist ein Radio. Oder? Kassettenrekorder. Kassettenrekorders. Kassettenrekorder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Boah, ist das depressiv, ja. Gut. From the other side, wieso das? Kommen wir hier gar nicht mehr raus, oder wie? Nur zum großen Turm. Ah, am besten ich habe mich so zu Ohr und schlafe eine Runde. Ah, nee, 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 komm ich hier zum Fenster raus? Ich, 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 ich muss mal raus. Komm ich nicht, ja? Nee, komm ich nicht. Wahrscheinlich darf ich wieder nicht. Okay, das ist versperrt. Alter, der Bär. Oh, er ist ja tot. Oh, nee, 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 ich gehe wieder rein. Ich gehe doch lieber wieder rein. Da kommt ja noch irgendwas. Nee, ich gehe wieder rein. Ich habe jetzt kein... Nee, auch sowas habe ich auch keinen Bock. Kann ich die Tür wieder zumachen, oder? Nee, ich gehe noch auf. Mach zu. Mach, komm, komm. Zu, zu, zu. Zu, okay. Zu, okay. Und? Jetzt geht ihr nicht mehr, jetzt geht ihr nicht mehr nach oben. Ich habe es versammelt. Ich habe es versammelt. Also, ich gehe wieder zurück mit dem Feuer. So, was wollten wir machen? Irgendwas zu essen wollten wir machen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das gehen will. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das gehen will. Hm, das war falsch geklickt. Kinder. Also, was soll ich noch mal machen? Vodka. Vodka trinken. Genau. Das ist es. Das ist es. Nicht betrinken. Oder hinsetzen. Oder hinsetzen. Hm. Also, ich habe das verstanden, als wenn wir irgendwas essen sollten. Wollten. Müssen. Brauchen. Oh, ich wüsste auch nicht. Mach's doch selber. Mach, komm. Mach doch mal mit. Es wackelt da oben. Oh, ich habe mich verletzt gerade. Ich weiß jetzt auch nicht, ne? Ja gut, ich mache hier erstmal Schluss. Ich muss mich erstmal erholen. Von diesen Sequenzen. Der Weide kümmerst du dich bitte ums Essen hier. Ja, du. Genau. Und lässt mich dann in Ruhe schlafen erstmal. Also, liebe Leute. Soweit heute erstmal. Bis später. Ciao.